So, jetzt mal wieder Battlefield 3, diesmal Waffenmeister, Hardcore, Ziba Tower. Ich liebe diese Map. Ich werde zwar nicht, wahrscheinlich nicht so viel reißen, aber auf den Spaß kommt an. So. Wo sind jetzt die Leute? Sportkills. Äh, okay, das waren andere. Hey, rein wollte ich. Mensch, ach, die rennen schon mit der Schrotz umher. Okay, weiter. Ach komm, geh mal hier lang. Hm, komm, 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 komm. Dann ist der Gegamund. Komantischen Bär. Oh! Scheiße! So ein Wichser hat er mich weggemessert. Ich glaub's ja nicht. Ja, das ist... Alter, ich bin fast tot. Okay. Nein. Wer schießt? Wer kämmt hier und wartet? Kann man auch machen? Okay. Nicht die feine Englische, aber... Wer es braucht. Ich wusste... Hä? Von der Seite. So, weiter. Oh, nein, ja. Pfff... Ich bin sowieso gleich im Arsch. Ui, mit der letzten Kugel. Der hat hier sitzen. Keine Chance, okay. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich diese Map liebe? Dass ich die richtig geil finde. Nach Aiming. Das Riesen. Nein. Es geht schon vorbei. Es geht schon vorbei. Es geht schon vorbei. Ach, okay. Ach, aiming. Nein, es geht schon vorbei. Es geht schon vorbei. Ich glaube, das wird eine kurze Runde. Zwischen auch sind die denn gekrochen. Ich glaube, das wird eine kurze Runde. Ja. Oder... Du nicht auch. Nein. Nein, nein, nein. Nicht doch wo. Warte mal. Ja. Weiter. Ah, das war kurz Mal schauen Vielleicht taue ich die nächste direkt Direkt hinten mit ran Gibt es zwei Folgen in einer Das war doch relativ Kurz Ja gut Die nächste Folge kommt Direkt hinten dran Und man hört sich gleich wieder So, da bin ich wieder zurück Jetzt ist auch der Darkmoon mit bei Und mal sehen, was wir heute Jetzt hier reißen können Ist jetzt aber normal Weil Na, da ist doch Weil Hardcore war full Keinen gefunden So, den ersten habe ich Oh Oh Weiter, weiter, weiter Ach, hier sind so viele Weiter Ja, ja Der nächste Ach man, Chat ausmachen Nein, 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 nein Lange ist es her, so was ich spät sagen Hm Hm Ich habe gerade eine andere Wünsche Schmeißen Mhm Wow Wo ist er? Oh Oh Gott Ach, du bist auf der anderen Seite Okay Den haben wir umgelicht Ach, der war zufällig Der Monkman Ja, ja, genau Ja, genau, danke Ja Ja Das spiel ich mit Darkmoon mal wieder schön hier 143, Waffen weiß noch was ist Aber direkt mal Na, nein, 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 nein Nö, trotzdem darf ich sowas sagen. Ja, das war aber scheiße, wie man sich mit den Krill geklaut hat. Du krabst doch ja nicht immer. Okay, merke, durch Treppe schießen ist... Das war noch nie. Oh, dummer viel. Oh, nein! Kehrt doch fast jemand hier ab. Hm, der kann doch jetzt noch nicht wahr. Der hat sich doch schon hingelegt. Ich hab mich eben gerade mal wieder sowas von selten gementlich angestellt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der hat vielleicht schon eh noch mehr gespielt. Oh, ja, ja. Deswegen, ich dachte, der wird lange nicht mehr gespielt. Macht doch auch mal wieder Spaß. Warte, schlimme, der fällt doch mal gleich auf. Ach. Jetzt hat's mich. Wie viel brauche ich denn noch hier? Okay. Glaube ein. Was ist da oben? Oh, hör doch mal auf zu blenden hier. Oh, ja. Alter. Mach ich doch gleich mit deinen Kraten hier. Versuch's doch. Na, glaub's doch. Ich bin immer noch bei der ersten Waffe. Nee, ich bin eigentlich schon mit der zweiten. Aber irgendwie kommt das irgendwie weiter. Ich hör mich irgendwie ein bisschen zu dumm an. Dumm, ja. Naja, der kommt ja hier schon mit der Aufführung hier. Oh, gut. Ich hab aber auch wieder mal nicht drauf geachtet, ey. Ich hab jetzt den 45er. Den 440er. Oh, die Scheiße sind jetzt auch hier hoch. Wo schießt denn der her? Och. Oh. Ich hab schon Glück, dass ich mein Wut in das Gefühl noch hier dran habe. Aber ich würde jetzt schon eine Höhe schnellen. Nein. Das ist optimales Spiel dafür, ne? No. Blutdruck-Training. Oh. Oh. Gott, nein. Oh. 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 Ach nein. Da sitzen jetzt so drei Mann da rum und campen rum. Das kann doch jetzt so nicht wahr sein. Toll. Hilfe bei Köln. Super. Da. Oh. 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 Einen halt umgelegt und der andere wurde mir schon vielleicht klaut. Kann man hier in die Pitschmeißen? Ne, kann man nicht. Oh, oh! Ich habe da eine neue Waffe. Das ist Spaß. Das macht Spaß. Mit der Spaß. So, mal nachladen. Bauleih ins Gefischt schimmeln können, oder innen schimmeln können, oder weiss nicht. Oh, okay. Na, 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 na. Oh, es läuft vorbei. Oh, nein. Ah, hier eine neue Waffe. Auf jeden Fall ist es noch eine Frischung. Ach, Gott, nein. Oh, das hat man vielleicht nicht erkannt. Bist du jetzt auch bei der dritten Waffe, oder? Bei der vierten. Oh, das bringt mir schon die Entfernung. Widerschossen. Ah, ja. Wow. Das ist ja immer wieder total dumm, oder? Wow. Oh, Gott. Jo. Ja, das war's dann. Ist ja nicht so schlimm. Nö. Du wurdest 25 da. Ja, gell. Wo hänge ich denn? Was war'n jetzt? Hab' ich gar nicht aufgepasst hier. Na ja. Na gut. Dann war's das für dieses Video erst mal. Und... Wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Morgen. Keine Ahnung, Mann. Dann auf jeden Fall erst mal Cheerio.